Hallöchen Freunde, willkommen bei Partido Gaming und einer neuen App Lego City My City 2. So, nachdem Lego City My City 1 ja schon richtig cool war, jetzt also Teil 2 davon. Ich bin gespannt, es gibt bestimmt wieder richtig coole Spiele. Ich freue mich echt drauf und, ok, schauen wir uns erstmal das Intro an, so. Hey, willkommen in deiner Stadt. Baue ihr eine strahlende Zukunft, indem du Missionen spielst und neue Gebäude baust. Okay, wow, hey, es gibt so viel zu tun. Legen wir los, um deiner Stadt zu helfen, musst du dich entscheiden, was du als nächstes bauen willst. Okay, Jetski-Patrouille, Leuchtturm mit Aussicht, Einschutze, Feuerwache, alles cool. Okay, wir fangen mal vorne an, wa? Jetski-Patrouille. Hä? Wir brauchen Jetskis für unsere Patrouillen um die Gefängnisinsel. Oh, eine Gefängnisinsel, nice. Baue sie und diese Gauner werden niemals fliehen können. Okay. Es wird Zeit, mit dem Bauen anzufangen. In Missionen kannst du Steine verdienen, mit denen du an deinen Gebäuden weiterbauen kannst. Okay. Gut, dann machen wir mal, oder was? Ein paar Gauner sind von der Gefängnisinsel geflohen und richten jetzt in einem roten Pick-up jede Menge Chaos an. Kannst du sie aufhalten? Ja, ich denke doch schon. Ich denke schon, dass wir das können. So. Runterziehen. Hochziehen für Müll. Okay. Achso. Achso. Wir müssen noch das Auto bauen. Oh ja, gut. Dann nehmen wir diesen Rumpf. Wir haben ja eh gerade nichts anderes. Machen wir das so. Was ist das hier? Blaulicht? Perfekt. Boom. Okay. Wir wirfen erst mal eine Brust drüber. Haha. Alles klar. So. Wie läuft es hier? Ich bin bereit. Erst mal Blaulicht an. Ähm. Was muss ich tun? Ich muss ihn rammen. Oder wie? Oder was? Ach, gehen wir schon raus. So. Blaulicht an. Und dann los. Wow. Okay. Okay. Wow. Wow. Ziemlich abgefahrene Steuerung. So. Den Kollegen muss ich jetzt also rammen. Oder wie? Oder was? Ja. Bam. Okay. Krass. Uh. Nice. Oh. Boom. Mach die Straße frei, Jungs. Kommt die Polizei. Oh. Nein. Wo ist er? Wo ist er? Boah. Da gibt es ja mächtige Sprünge, Leute. Habt ihr das gesehen? Mächtige Sprünge gibt es hier. Wo ist er denn? Boah. Ich habe ihn voll verloren. Äh. Was ist denn der Kollege? Da lang. Da geht es lang. Geradeaus irgendwo. Wo ist er? Hier rein. Hier rein. Ich folge jetzt einfach mal nur dem Pfeil. Ach. Da ist er. Da ist er. Boah. Was für eine riesen Rampe hier, Leute. Habt ihr die Rampe gesehen? Mega. Mega. Es gibt ziemlich viele Rampen. Und ich komme ja nicht mehr ran. Jetzt. 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 Jetzt sind wir mal dran hier. Platz da. Bäm. Uh. Okay. Wir machen das mal ganz schön Spaß. 1000. 2000. 300. Wow. 2, 4. Ja. Bombe. Das ist gar nicht so schlecht, oder? Sind 240. Okay. Das hat schon mal ziemlich Spaß gemacht. Da gab es Hammerrampen. Durch den Abschluss von Missionen erhältst du Erfahrungspunkte. Wenn du genug davon verdienst, wirst du mit einer Truhe belohnt. So. 240 von 750. Okay. Und eine Truhe. Zeig mal. Was haben wir denn drin? Oh. Mittelgroße Rotorblätter. Ja. Cool. Okay. Damit können wir also die unterschiedlichen Autos und Fahrzeuge bauen. Erforsche die Stadt um neue Missionen zu entdecken und mehr Steine für Gebäude zu sammeln. Okay. Brr. Alles klar. Führt uns. Wo führt uns hier gerade hin? Okay. Hier sind überall Missionen. Wir machen nochmal die Jetski-Patrouille. Was heißt nochmal überhaupt? Was ist das hier unten? Sammle 500 Bolzen haben wir. Sammle 1000 haben wir auch. Zack. Okay. Ja. Ich bin bereit für die Jetski-Patrouille. Wir brauchen Jetskis. Okay. Gebäude fertiggestellt. Boom. Wir haben Jetskis, Leute. Hör jetzt nicht auf. Bau weiter. Wir brauchen dich. Ist ja gut. Ist ja gut. Okay. Dann spielen wir doch direkt mal hier die Gefängnisinsel. Die Gauner müssen irgendwo eingesperrt werden, wo sie nicht wieder rauskommen. Bau das ultimative Gefängnis. Okay. Das kostet 2000. Oder wie sehe ich das hier? Ja. Ich glaube, wir brauchen dafür 2000. Oder was? Dann, ähm, lasst uns hier spielen. Ähm, was? Und zwar in schwimmenden Reifen. Verhafte so viele wie möglich. Okay. Mit unserem coolen Boot hier. Zack. Zack. Bam. Feuer. Auf schwimmenden Reifen. Na, die haben vielleicht Mut. Das kann ich hier sagen. So, na los. Hui. Und. Zehn Gauner in zweieinhalb Minuten. Alles klar. Machen wir schon den ersten. Das hier ist... Ist das ein Gauner? Wo sind sie denn? Da vorne ist einer. Ja, ach so. Das Licht zeigt auf den Gauner, wenn wir ihn haben. Okay. Verstehe. Wo ist der nächste? Ja, genau. Das Licht weist uns den Weg. Da ist einer. Wuii. Wuii. Bäm. Haben wir. Nächstes. Da lang. Okay. Und nebenbei immer noch versuchen... Ups, sorry. Immer noch versuchen, ein paar blaue Steine einzusammeln. Schaut mal. Hier ist einer. Zehn Stück. Meine Herren. Das ist doch ganz schön viel. Sehe ich gerade. Weiter geht's. Aber hier sind direkt zwei. Schnappen wir uns mal den hier. Oh, wie sich da rüberrollt. Witzig. Oh. Autsch. Wo ist der nächste? Ähm. Hallo? Ah ja. Der Pfeil. Da ist er. Da ist er. Ich sehe ihn. Geh mal weg da, Jetski. Ich habe hier eine Aufgabe. Da ist er. Gauner gesichtet. Bäm. Nächster. Wo ist der nächste? Da lang. Da hinten. Ah, ich sehe ihn. Okay. So, hier ein paar blaue Steine mitnehmen. Nicht vergessen. Die scheinen wichtig zu sein. Jetzt blockt der mich ja knallhart. Schaut mal, der ist im Strudel gefangen. Ach komm her. Ich nehme nicht mit. Ja. Ist ja gut. Nächster. Wo, 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 wo? Ich sehe nichts. Oh. Ich sehe keinen. Hä? Wo denn? Ich sehe keinen. Leute, wo? Hinter mir. Hä? Ja, wo denn? Da drinnen in der Lagune, oder wie? Ja, scheint so. Ach, da. Dahinter. Ah. Okay, mein schöner. Komm mal mit. Komm mal mit. Wir haben nur noch eine Minute. Oh mein Lord. Das wird eng. Da ist der nächste. Oh, der Hai. Der Hai schiebt mich hier weg. Na klar. Der Hai schiebt mein großes Boot weg. Okay. Okay. Alles klar. Da ist der nächste. Aber ich will mir ja den Sprung machen. Wuhu. Cool. Okay. Das gibt alles irgendwie einen Bonus. Aber ich muss natürlich schauen, dass ich die Mission auch schaffe. Ist ja gut. Ist ja gut, Freunde. Ich bin schon auf dem Weg. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Da ist er. Nehme ich noch den blauen Dinger mit. Und da ist er, Kollege. Kollege Schlittschuh. Zack. Neun. Zehn. Das war's. Hui. Macht Bock. Okay, die Missionen sind echt lustig. Sehr, sehr schön gemacht. Das sind durch zehn. Ja, zweihundertsiebzig. Alles klar. Boom. Das ist der erste Teil unserer Gefängnisinsel. Wir brauchen insgesamt zweitausend. Das waren die zweihundertsiebzig. Okay. Oh, wir kriegen noch Truhe. Mal schauen. Neue Räder. Okay, gerne. Nehme ich. Noch eine. Okay. Mal schauen. Einen Sonnenschirm? Naja. Okay, einen Sonnenschirm. So. Was gibt's hier noch? Ähm. Das hier. Jetski. Ah. Jetzt können wir Jetski fahren. Böp. Böp. Auch nochmal in Rädern. Okay, alles klar. So, jetzt können wir bestimmt noch ein paar gute Stats abfangen hier. Jetski sollte ja schneller sein. Gleiche Aufgabe. Zehn Stück. Und los geht's. Eins. Das geht schnell. So. Wow. Okay. Krasse Lenkung hier. Okay. So, da ist der Nächste. Wir brauchen viele Stats. Zu viele Stats, wie es geht. Ich glaube, wir können uns beinahe ein bisschen mehr Zeit lassen. Und ein paar Stats einsammeln. Dann können wir schneller die Insel bauen. Da ist er. Da ist einer. Komm her, Kollege. Zack. Da ist der Nächste. Okay. Wenn ihr ein paar Stats mit... Wow. Er hat mich hier denn gerade abgedrängt. Ich glaube, ihr spinnt, Leute. Oder was? Wow. Stats, Stats, Stats. Jawohl. Bäm. Nächster. Gibt das einen Sprung? Oh, ne. Es treibt mich in die entgegengesetzte Richtung. Okay. So. Der Pfeil zeigt nach dort. Hier lauert irgendwo was. Ah. Andersrum. Da. Da ist er. Da ist er, Kollege. Kollege. Knack. Sechs haben wir schon. Oh, Gott. Wow. Ganz schöne Beschleunigung hier. Wo ist der Nächste? Da lang. Ich sehe keinen. Da. Da. Da ist er. Hier. Freundchen. Rania. Sieben. Ah. Stats, Stats, Stats. Wo ist er? Wo ist er? Hinter dem Stein irgendwo. Ah, ja. Da ist er. Da ist er. Zack. Wacht. Oh, da ist er der Nächste. Ja. Wow. Wow, wow, wow. Strudel. Äh. Neun. Und wir haben noch eine Minute. Da können wir easy noch ein paar Stats ab... Oh, der Hai. Ho, ho. Der wirbelt mich hier rum, Leute. Hammer. Was für ein Hai. Okay, pass auf. Jetzt mache ich hier mal einen Sprung. Oh. Wuhu. Was war das denn? Oh, so viele Stats hier. Die nehmen wir alle mit. Oh, zumindest ein paar. So, okay. Und hier geht es wieder raus. So, und jetzt noch den letzten Kollegen absacken. Wo ist er? Wo bist du, Freundchen? Da, ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Sirene an. Okay, ich glaube, wir haben deutlich mehr Stats gesammelt, oder? Als in der letzten Runde. Oh, yeah. Oh, yeah. Tausend mehr. Das ist doch nice. Sehr, sehr gut. Gut. Wir haben zuerst mal hier eine freshe Kiste auszupacken mit normalen Rädern darin. Wir haben 650, gut 649 von 2000 Stats bereits gesammelt. Ähm, so. Das ist schon mal voll. Okay. Wo ist hier das nächste? Nehmen wir mal hier. Das blinkt mich so an. Vulkan sieht schon mal sehr interessant aus. Okay. Was gibt es hier zu tun? Wir fangen einfach mal an. Hier. Du da. Vorsicht, aber kein Spuck. Lava-Brocken. In den Brocken könnten sich geheime Edelsteine verstecken. Also fangen so viele wie möglich, damit sie im Labor untersucht werden können. Okay, also. Lava-Brocken fangen. Explorer Truck. Geländeräder. Boom. Boom. Bereit. Los geht es. Brocken fangen. Wie auch immer das geht. Was muss ich tun? Da ist so ein Brocken. Okay. Oh mein Gott. Das sieht kompliziert aus. Fünf Brocken muss ich holen. Was ist das hier oben? Äh. Fünf Brocken. Und ich weiß nicht, was dieses Special Move da oben bedeutet. Wo haben wir hier mal einen Brocken? Darf ich in die Lava fahren? Ja. Okay. Darf ich? Interessant. Oh. Habe ich einen Brocken? Ne. Wo ist denn jetzt hier mal so ein Brocken? Oh. Oh mein Gott. Hey. Ich sehe ja nicht einen Brocken. Da hinten. Da sehe ich was. Oder? Ja. Hier. Hier. Oh. Ah. Okay. Wenn ich mich... Hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Nein. Ich bin noch vorbeigefahren. Oh. Hinter mir. Ja. Ich bin noch vorbeigefahren. Stopp. 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 Zurück. So. Habe ich. Okay. Haben wir, Leute. Gar nicht so einfach, die Mission. Aber cool. Autsch. Hier ist eins. Wo denn? Ach so. Ablarven. Abliefern. Ach. Das müssen wir... Ach so. Wir können nur einen halten. Oder was? Ist das so? Man kann nur einen halten. Oh Gott. Ja. Wir haben jetzt einen abgegeben. Oh Mann. Das wird hart. Okay. Da drüben ist was. Da drüben ist einer. Ah. Habe ich. So. Und damit. Mit diesem Brocken müssen wir jetzt zurückfahren. Wo geht's denn hier bitte zurück? Hier lang? Hier lang? Äh. Wo ist denn hier die Ablagestelle? Hier, oder? Oh Leute. Ich glaube, das schaffen wir fast gar nicht. Hier ist es. So. Brocken Nummer zwei. Okay. Wo haben wir den nächsten? Wo, wo, wo? Ob wir das schaffen, Leute? Da hinten. Da. Ich sehe einen. Ich sehe einen. Okay. Ab dafür. Oh. Ah. Ab dafür. Hier ist er. Zack. Haben wir. Und Rücktor. Rücktor. Hier ist direkt noch einer. Muss ich mir merken. Okay. Da war noch einer. Okay. Habst du noch eine Minute? Oh mein Gott. Warte mal. Wo war hier die Ablagestelle? Ich finde mich hier nicht zurecht. Da. Da. Okay. Ich bin hier einmal komplett rumgefahren. Aber hey. Muss sein. 45 Sekunden, Leute. Das wird nix. Das schaffe ich nicht. Schnell. Ich brauche einen Brocken. Einen Brocken. Äh. Wo ist hier ein Brocken? Gebt mir einen Brocken. Ach. Doch. 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 Hier leuchtet es. Yeah. Freunde. Wir haben einen. Okay. Schnell raus hier. Wow. Schnell raus. Und dann fehlt noch einer. 30 Sekunden nur noch. Oh mein Gott. Freunde. Das wird sehr, sehr eng. Vielleicht sogar zu eng. 19 Sekunden plus. Okay. Jetzt brauche ich schnell einen Brocken. Sonst wird das nix. Schnell. Der Pfeil zeigt mir an. Wo. Das ist gut. Wo. 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 Wo ist er. Wo ist er. Wo ist er. Schnell. Da unten. Oh mein Gott. Das wird eng. Leute. Das wird eng. Nimm ihn mit. Wir haben ihn. Und zurück. Da lang. Okay. 18. 17. Oh mein Gott. Ah. Bitte nicht. Bitte nicht. 14. Komm Junge. Zieh. 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 7. Okay. Wir schaffen es. Oh. 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 Oh mein Herr. Das war übel. Das war eng. Oh. Das war eng. Oh. 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 Alles klar. Gerade noch so. Gerade rechtzeitig. Leute. So. Das gibt wieder Stats für unsere Insel. Hälfte haben wir schon inzwischen. Supi. Doopi. Okay. Dann machen wir hier weiter. Hier gab es doch noch mehr. Oder? Genau. Mal schauen. Was gibt es hier? Hier. Du da. Was hast du zu bieten? Evakuierung der Forscher. Ein paar Forscher wurden von der Lava eingeschlossen und sind nur in großer Gefahr. Fliegt daraus und rett ihre Fahrzeuge, indem du sie zurück ins Lager bringst. Okay. Machen wir. Wir haben die geilen Rotorblätter. So. Also Forscherautos wegfliegen. Kleinigkeit. Einmal anseilen und wegfliegen. Alles klar. Klingt ja nicht so schwierig. Also. Da ist schon mal der Erste. Na dann fliegen wir doch direkt mal zu dem. Fünf müssen wir abliefern. Alles klar. So. Wir wollen natürlich die Stats haben. Und da haben wir schon den ersten Kollegen. So. Nehmen ihn. Okay. Jetzt müssen wir noch rausfinden, wo wir den hinbringen müssen. Aber im Helikopter zu fliegen, Freunde, das macht... Oh. Das macht schon sehr, sehr Spaß, muss man sagen. Okay. Wieder aufpassen hier vor diesen roten Dingern. In Acht nehmen. Hier müssen wir abliefern, wa? Yep. Okay. Du bist in Sicherheit, Kumpel. Alles klar. Weiter geht's. So. So. Wo haben wir den... Autsch. Vorsicht. Rechts vor links. Oh. Kein einzigen Stud erwischt. So. Da sehe ich ein Forscherauto. Wir müssen diesen roten Dingern unbedingt ausweichen. Die stoppen uns ab, wie ich eben mitbekommen habe. Also. Wir haben einen. Ab geht zurück. Rauch. Ja. Ah. Da sollte ich halt nicht durchfliegen, ne? Das ist halt nicht gut. Okay. Ich versuche hier noch ein paar Stats mitzunehmen auf dem Weg. Alles für die Gefängnisinsel. Wow. Hey. Stopp. Liefer ihn ab. So. Das war erst die zwei. Oh mein Gott. Okay. Es wird schon wieder eng, glaube ich. So. Wo haben wir die nächste Karre? Wo ist die nächste Karre? Irgendwo in der Lava. Ich sehe keinen. Da hinten. Da hinten sehe ich einen. Okay. Ah. Hier ist auch noch einer. Perfekt. Perfekt. Und da hinten, seht ihr, da ist gleich noch einer. Da werden wir den gleichen Weg dann nochmal zurückfliegen. So. Hier noch ein paar Stats einsacken. So. Keine zu großen Umwege, aber ein paar Stats brauchen wir auf jeden Fall. Okay. Und da sind wir schon wieder. Zack. Das war die drei. Die vier ist direkt dahinter. Also. Einmal Kehrt machen. Hier durch die Stats fliegen. Jawohl. Stats, Stats, Stats. Und da. Ich sehe ihn. Alles klar. Auf geht's. Den holen wir uns. In den Rauch geflogen. Stats. Da ist er. Kollege, ich rette dich. Keine Sorge. Käpt'n Otto ist auf dem Weg. Hier nehmen wir mal ein paar Stats mit. Oh. Schöner Wendekreis. Okidoki. 1,30 haben wir noch. Ich denke, das kriegen wir hin. Wir brauchen ja danach nur noch einen. Den müssen wir zwar erst noch finden, aber das ist machbar. Hier noch ein paar Stats mitnehmen. Jawohl. Mal von hier geflogen. So. Zack. Ok, Freunde. Letzter. Ein noch. Wo ist er? Wo ist er? Seht ihr was? Seht ihr was? Ich sehe nichts. Da oben. Da oben. Komme ich da hoch? Nein. Da hinten. Ah, ok. Da hinten ist einer. Den nehmen wir. Du da. Komm her. Wir haben noch eine Minute. Easy. Da können wir noch locker ein paar Stats mitnehmen. Hier zum Beispiel mit einer kleinen Kurve fliegen. Oh. Eine kleine. So. Meins. Hier ist noch eine ganze Reihe voll. Naja, ein paar erwischt. Was soll ich? So. Ja. Dann auf zurück. 40 Sekunden noch. Gut getimt. Alles supi. Nehmen wir hier noch ein paar mit. So. Hier noch ein paar. Okay. Na dann. Oh, warte mal. Hier ist noch eine schöne Kurve. Alles klar. Na dann. Bäm. Geschafft, Freunde. Coole Missionen sind das hier. Echt richtig lustige, schöne Missionen. Oh, Leute. Und 5200. Sehr, sehr gut. Das hilft uns weiter. Bup. Insel steht fast, Leute. Steht fast. Okay. Hier haben wir noch eine Kiste zum Ende. Die Rotorblätter. Okay. Wir brauchen auch noch 500 Stats. Und dann haben wir schon die Gefängnisinsel gebaut. Und machen wir mal weiter im Vulkan. Ähm. Das haben wir abgeschlossen. Was ist das hier eigentlich? Hubschrauber angefordert. Wir brauchen. Wir haben 0 von 2000 Grün-Stats. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Das haben wir gemacht. Dann. Hier hin. Okay. Vulkan ist quasi erstmal abgeschlossen. Gut. Was gibt es noch? Hier. Bauarbeiter. Was hast du? In der Stadt gehen einige Gebäude in Flammen. Schnell. Oh, Feuerwehr. Okay, Freunde. Leiterwagen. Ja, Bombe. Feuerwehrmission. Tja. Was gibt es Schöneres als Feuerwehrmissionen? Grandios. Ah, alles klar. Na dann. Was muss man machen? Fünf Feuer löschen. Okay. Okay. Fünf Feuer löschen. Und natürlich wieder Stats einsam, wenn ich vergessen. Machen wir mal Platz da, Kollege. Oh. Oh je, oh je. Das war gar nicht mal so gut. So, wir müssen jetzt hier rechts einbiegen. Ah. Oh, oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, aber hier ist eine Feuer. Äh, eine Feuer. Hier brennt ein Feuer. So, 20 Sekunden plus. Okay. So, ich will noch unbedingt hier ein paar Stats mitnehmen. Ähm, ich denke mal, dass wir es zeitlich schaffen werden. Darum gönne ich mir ruhig mal den ein oder anderen Umweg. Und nehme Stats mit. Okay, jetzt bin ich gerade ein bisschen ausgeartet. Wo fahre ich den hier gerade lang? Hier, hier ist was. Autsch. Bam. Was bringt denn die Leiter? Sie fährt hoch. Ah. Okay. Da habe ich doch eine Idee. Da habe ich eine Idee. Oh, Leute. Diesen Sprung hier, den muss ich mal machen. Der sieht ja so mega hoch aus. Ist er auch. Pass auf. Hoch aufs Dach. Oh mein Gott. Hahaha. Heiliger. Wow. Richtig cool. Bam. Leute, was geht ab hier? Was geht ab? In Playmo City. Äh, in Lego City. Was ist das denn hier? Wasser auffüllen. Nee, das brauchen wir nicht. So. Stats mit hier. Ah. Hier ist ein Feuer. Okay. Feuer Nummer 3. Und wir haben noch 1,30. Das sieht ganz gut aus. Da können wir doch locker noch ein paar Stats absacken. Hier, pass auf. Jetzt hier Leiter hoch. Dann nehmen wir die da oben. Nehme ich auch mit. So. Hier ist noch eine hübsche Reihe. Hier ist noch eine. Hau ab da. Ich bin die Feuerwehr. Ich habe es eilig. So. Hier Leiter hoch. Nehmen wir die da oben mit. Jawohl. Uuuh. Wow. Wir müssen hier rein. Hier rein. Mist. Ich muss nach rechts. Ah. Wo ist denn das Feuer? Hä? Wo ist es? Rechts von mir? Hier rein. Da. Hier ist es. Hier ist es. Okay. Feuer Nummer 4. Wir haben immer noch eine Minute. Wir haben schon 5000 Stats gesammelt, Leute. Hammerhart. Dann lasst uns direkt weitermachen damit. Oh. Bump. Nicht so erfolgreich. Okay. Stats, Stats, Stats. Hier sind wir schön nach rein. Okay. Jetzt machen wir eine scharfe Kurve hier. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Wo ist mein Feuer? So. Leiter hoch. Und jetzt hier rüberspringen, oder wie? Jawohl. Uuuh. Leiter hoch. Hau da ab, Mensch. Hau ab da. Da ist es. Da ist das letzte Feuer. Mensch, macht euch aus dem Weg. Okay. Geschafft, Leute. Und 7000 Stats gesammelt. Was sagt ihr denn? Jetzt. Oh. 8000. Irre. Okay. Damit hätten wir jetzt die Gefängnisinsel bereits fertig. Lasst uns das abchecken. Ja. 2000. Gefängnisinsel steht. Die Gauner müssen irgendwo eingesperrt werden. Das ultimative Gefängnis. Bäm. Gebäude fertiggestellt. Willkommen. Das Gebäude. Inselpolizei. Hauptquartier ist super. Aber nicht auf Bau weiter. Alles klar. Puh. Was wollen wir als nächstes bauen? Oder was auch immer. Wir nehmen mal Leuchtturm. Daneben direkt. Das Leuchtfeuer war so heiß, dass es den Leuchtturm in Brand gesetzt hat. Bau ein 9. Alles klar. Machen wir. Tausend rote Steine, meine ich, brauchen wir dafür. Doppelrotorblätter. Wow. Okay. Wir brauchen 1000 rote Steine. Nun habe ich keine Ahnung, wo es diese roten Steine gibt. Um ehrlich zu sein. Hier gibt es auf jeden Fall irgendeine Mission. Wasserspülung. In der ganzen Stadt sind Feuer ausgebrochen und die Straßen sind blockiert. Okay. Wasser. Feuer aus der Luft herlöschen. Alles klar. Wo gibt es bitte rote Steine? Okay. Wir fliegen drüber. Und löschen. Alles klar. Das kriegen wir hin. Oder was sagt er? Okay. Vorsicht. Hier sind Wirbelstürme. Was macht mein Special? Fünf Feuer löschen. Okay. Ah ja. Jetzt können wir rote Steine sammeln. Okay. So. Gut. Dann wollen wir uns mal rantasten hier. Ich würde sagen, wir löschen erstmal ein Feuer, damit wir wissen, wie es geht. Hier ist schon mal eins. Okay. Muss ich das jetzt gedrückt halten? Hat geklappt? Ja, wa? Hat geklappt. Okay. Es ist sehr, sehr schwer hier mit der Lenkung die roten Steine einzusacken. Ich habe so gut wie noch gar keine hier. Ist mir eben schon schwer gefallen beim, oder letzten Part meine ich, beim Feuerwehr, äh, bei... Beim Helikopterflug. Ist ziemlich schwierig, mit dem Helikopter die einzusacken. Okay. Feuer Nummer zwei in die Richtung. Da ist es, da ist es. Leute, ich sehe es. Zack. Einmal löschen, bitte. Okay. Hä? Ach, das ist ein Turbo. Das ist ein Turbo, sehe ich gerade. Das hier. Woo! Dann geht's ab. Wie Schmitzkatze. So, der nächste Brand ist hinter mir. Ich fliege völlig in die falsche Richtung. Da geht's lang. Oh, es ist so schwierig, die Steine einzusammeln, Freunde. Jetzt habe ich mal eine Reihe erwischt. Ja, das wird kein Highscore, was hier die Steine angeht. Oh Gott. Ah. Hier ist Feuer, Feuer. Feuer Nummer drei und wir haben noch eine Minute. Okay, wir müssen uns, glaube ich, fast ein bisschen beeilen, wa? Wir müssen uns fast ein bisschen beeilen. So, wo ist das nächste? Wo sind ja noch ein paar Steinchen. Oh Gott, wir sammeln hier so gut wie überhaupt keine Steine ein. Aber hier ist das nächste Feuer. So, jetzt haben wir noch eine Minute für das letzte Feuer. Ja, darum sammeln wir jetzt so viele Steine wie möglich in dieser Minute. und löschen dann das Feuer am Ende. So, hier ist schon mal eine schöne Reihe. Gerade drauf zufliegen. Jawohl. Bolzen-Kombo. Und zack. Und zack. Da ist das Feuer. Okay. Ich will... Ah, hier, 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 hier. Ich will noch ein paar Steinchen. Ah, es ist nicht so leicht. Mit diesem Heli. 30 Sekunden. Okay. Hier sind noch ein paar. Hier sind noch ein paar. So, hier ist mein Feuer. Steine, Steine. Okay, Leute. Dann wollen wir mal. Jetzt wird es langsam knapp. Wo ist mein Feuer? Hier, da ist es. Alles klar, wir schaffen es. Bäm. Das war's. Letztes Feuer gelöscht. Okay. Oh, 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 okay. Huh, war noch knapp. War noch knapp, aber alles gut. So, 1.800 nur. 3.000 nur. Aha. Das sind nur 300. Ich meine, gut, wir brauchen nur 1.000. Ja. Das geht. Das geht. Okay. Kiste. What give it? Explorer Mini Traktor Rumpf. Okay. Wir sind gerade dabei, hier diesen Leuchtturm zu bauen. Für 1.000 rote Steinchen. Wir haben schon 300. Also. Weiter geht's. Wie geht's? Ähm. Irgendwo ist hier mal irgendwo eine Mission. Stopp. Hier. Böp. Du da. Was hast du für uns? Feuer. Okay. Und wir haben einen neuen Hubschrauber. Kleiner Feuerwehr Rumpf. Ich weiß nicht, was das für einen Unterschied macht. Ob der sich besser fliegen lässt oder so. Keine Ahnung. Wir werden es rausfinden. Und dabei rote Steine sammeln. Okidoki. Erstmal will ich rausfinden, was mein Special Move hier macht. Mal gucken. Oh, hier spritzt Wasser. Aha. Oh. Oh. Tornado. Lass mich. Ah. Oh Gott. So wenig Steinchen gesammelt. Es ist so schwierig. Ohne Witz. Oh Mann. Es ist echt schwer, die Steine zu sammeln mit dem Helikopter. Oh Gott. Oh Mann. Die Tornados. Hammer. Steine. Steine. So. Jetzt muss ich ja mal ab zum ersten Feuer langsam. Wo haben wir das? Wo haben wir das? Da lang. Wow. Oh mein Gott. Das ist ja mega empfindlich, der Heli hier. Hier ist das Feuer. Hier ist es. So. Kanone. Okay. Haben wir. So. Nächstes Feuer. Andere Richtung. Okay. Weg da. Alle aus dem Weg. Jetzt komme ich. Oh. Genau daran vorbeigeflogen. Mann. Ich treffe die blöden Steine nicht mit dem Heli. Jetzt habe ich mal ein paar getroffen. Da ist das Feuer. Oh Gott. Vorsicht vor dem. Vor dem. Tornado. Der ist heftig. Ja. Zack. Bin ich wieder drin. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Lass mich los. Oh. Hier ist das nächste. Okay. Nehme ich mit. Boop. So. Zwei. Das ist die drei schon. Ist nicht so. Wo ist es? Hinter mir. Okay. Hinter mir ist das nächste. Ich glaube wir machen die erstmal alle. Bis aufs letzte natürlich. Und fliegen dann nur noch ein bisschen durch die Stadt und sammeln Steine. Das ist einfacher. Oh. Genau daneben Jungs und Mädels. Also mit dem Auto bin ich deutlich besser im Steine sammeln. Das ist so schwierig mit dem Heli. Okay. Hier. Äh. Naja. Ein paar erwischt. Okay. So. Wir haben nur noch ein Feuer. Oh. Dieser Tornado. Wir haben nur noch ein Feuer. Das heißt wir fliegen jetzt 50 Sekunden lang durch die Stadt. Sammeln ein paar Steine. Wir haben jetzt 1100 Leute. Das ist ja nix. Wirklich nix. Äh. Tornado. Tornado. Hier. Oh. Hier ist eine Doppelreihe. Ah. Scheibenkleister. Äh. Naja. Ein paar wenigstens. War. Okay. Hier noch zwei. 20 Sekunden. Oh. Tornado. Jetzt müssen wir uns langsam beeilen. Okay. Okay. Ich fliege jetzt löschen. Ist ja gut. Ich fliege jetzt zum löschen. Da ist es. Und. Zack. So. Das war's. Viele Steine wären es nicht. Vielleicht 2000. Das sind 200 dann. Oh. 25. Okay. 260 kriegen wir. Sehr gut. 260. Noch ein oder zwei. Dann haben wir schon unseren Leuchtturm. Ja. 500 haben wir. Okay. Level 8 sind wir bereits. Jetzt haben wir Explorer Lastenheberhumpf. Okay. Warum auch immer. Ich weiß nicht genau, wofür ich die brauche, muss ich sagen. So. Was gibt's hier? Hier waren wir schon. Hier waren wir auch schon. Du. Was ist mit dir? Ah. Okay. Nochmal Feuer löschen. mit einem anderen Mobil. Das sieht gut aus. Klein und mobil. So. Mal schauen. Das ist ja ein kleiner Quot. Können Feuer löschen in 2 Minuten 30. Oh. Okay. Der hat. Oh lala. Oh mein Gott. Leute. Was ist denn das für eine Steuerung? Ist die empfindlich? Oh wow. Ey. Mega empfindlich. Er musste ganz, ganz vorsichtig lenken. Aber die roten Stuts hier lassen sich natürlich deutlich besser einsammeln. Wow. Was? Hey. Komm ich nicht durch? Okay. So. Dann hier lang. Oh. Hier sehe ich eine Doppelreihe. Ah. Ich komme nicht rein. Mist. Oh. Er löscht ja um die Ecke. Er löscht ja alles um die Ecke rumlöscht. Ja. Wahnsinn. Okay. So. Hier gibt es einen Haufen Stuts. Oh. Die Steuerung. Häftig. So. Einmal Brandlöschen bitte. Danke. Und hier geht es weiter. Oh. 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 So. Leute. Wenn wir jetzt hier viele einsacken. Oh. Kommt der da nicht durch mit seinem Helm. Wenn wir jetzt hier viele einsacken, könnte es fast reichen. Für unseren Leuchtturm. So. Jetzt muss ich irgendwie rechts. Rechts hinter mir. Okay. Da muss ich rein. Ich sehe es. Ich weiß. Aber. Oh. Leute. So viel ist das hier. Da kann ich nicht nein sagen. Also ich habe einen richtig kleinen Wendekreis. Okay. Rechts. Da ist es. Jawohl. Wir haben jetzt schon 2600. Ihr seht. Es ist deutlich einfacher. Mit einem Auto. Die Stats zu sammeln. Hoppala. Als mit einem Heli. Und zwar deutlich einfacher. Oh. Wir sind direkt ins Feuer gefahren. Okay. Eins noch. Wir können auch gut anderthalb Minuten durch die Stadt fahren. Und Stats sammeln. Das ist perfekt. Wunderbar. Hier draußen waren wir offenbar schon. Okay. Hier im Park gibt es noch ein bisschen was. So. Oh. Oh ja. Hier Leute. Die Rampe. Lasst uns mal diese Rampe sprengen. Pass auf. Wir nehmen von hier Anlauf. Nehmen die hier mit. Und jetzt Feuer. Jawohl. Oh. Jawohl. Leute. Und hier noch mehr. Zack. Okay. Wie cool. Oh mein Gott. Das wird viel. Wie gesagt. Richtig gut. So. Hier ist noch ein Haufen. Okay. Die habe ich alle verpasst. Perfekt. Da mache ich doch glatt nochmal. Oder ich fahre hier einfach mal weiter. Gibt es überall genug. So. 40 Sekunden. Okay. Langsam sollte ich mich mal Richtung Feuer machen. Glaube ich. Wo ist es? Hier lang. Geht mal aus dem Weg hier Leute. Oh. Hier ist noch eine schöne Reihe. Uh. Hier rein. Reihe mitnehmen. Hier ist noch eine Reihe. Und jetzt links von mir. Da ist es. Yeah. Die Reihe kann ich noch mitnehmen. Aber jetzt. Zack. Boah Leute. 6.200. Hammerhart. Und es kommen noch ein paar dazu. Damit haben wir glaube ich den Leuchtturm schon abgeschlossen. 7.400 Freunde. Ja. Mit dem Auto Stats sammeln ist deutlich einfacher. Okay. Damit wäre der Leuchtturm abgehakt. Hey. Das Leuchtturm war so heiß. Bla bla. Gebäude fertiggestellt. Leuchtturm ist ein neues Lieblingsbauwerk. Cool. Freut mich. So. Was machen wir als nächstes? Boah. Feuerwache oder? Komm. Feuerwache. Da habt ihr genauso Bock drauf. Deine Stadt braucht eine brandneue Feuerwache. Du musst die bauen. Schnell. Okay. Machen wir. Machen wir. Wir haben noch eine Kiste. Was haben wir das? Hier eine Wasserkanone. Okay. So Freunde. Als nächstes bauen wir eine brandneue Feuerwache. Aber erst im nächsten Part Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir noch einen Daumen nach. Schreibt mir einen Kommentar und abonniert den Kanal. Also sehen wir uns wieder im nächsten Part. Bis dahin wünsche ich euch noch das Beste. Macht's gut von und... Ciao. Bis dahin wünsche ich euch noch! Vielen Dank.